Hallo und Puppe und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege. Ranked. Ja, mit dem Flatulenzen-Boy, dem Praktikanten-Max und dem Kupfer-Nils, der mittlerweile Platin-Nils ist. Gold. Gold-Nils. Also sagen wir mal, am Anfang der Aufnahme-Session war noch Platin, jetzt ist er mittlerweile... Wir ziehen ihn in die richtige Richtung, ja. So, und jetzt gewinnen wir und da wird er nicht upgerankt. Ja, du bist dann automatisch Diamond und Nils ist dann Kupfer. Ja, ja, wahrscheinlich. Max, erinnerst du dich auch an meinen sicken Clutch mit Mute? Ja, das war dein einziger Ace, oder? Nee, ich hab schon mehrere Aces gespielt. Das war das einzige, was du geschafft hast. Also da war ich oben, also... Für die, die es nicht wissen, ich war oben quasi... Wie nennt sich der Raum denn ganz oben? Keine Ahnung. Haben wir jemanden der Wände öffnen können? Ja, das ist das Gebäude, also nicht Serverraum. Ich bin... Achso. Wir haben keinen, der verstärkte Wände öffnen kann. Ja, warte, dann spiel ich. Ja. Hier brauchen... Und, ähm, teammates waren down und ich hab dann irgendwie einen vom Fenster weggeholt mit der Shotgun. Mit der Shotgun. Dann hatte ich irgendwie noch ein Leben. Dann hab ich, äh, Fuse mit der Pistole durchs Fenster einfach Praying Spray einfach reingeballert. Und hab fünf Leute gekillt, natürlich. Ja. Mit einem Schuss. Nein. Da, 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 da. Bin durch, hab, äh, in die Ballzimmerwand hab ich ein Loch geschossen, bin durchge... äh, bin durchgecroucht. Ähm, dann hab ich halt meine Pistole ausgepackt, weil die auf die Distanz besser ist. Hab halt durch den Fitnessraum rausgeschossen, quasi auf dem Hof. Weil ich mir schon dachte, dass Fuse da pieken wird. Ähm, und dann hab ich halt ein halbes Magazin oder so reingesprayt, dann war der halt tot. Weil der erste oder zweite Schuss schon ein Kopfschuss war. Ähm, nein. Ich hatte halt irgendwie nach zwei Kills oder so, von den fünf hatte ich halt noch ein HP. Ein Pornoklub ist keiner. Basement. Wir sind Kirche. War es auch, ne? Wie komm ich hier runter? Uiuiuiuiui. Ich bin in der Küche. Ja, in der Valkyrie. Ist ja alliend. Äh, nee, hier geht's raus, Jungs, da können wir nicht da. Jo. Ja, ja, aber da war grad einer hinter mir her. Lief doch schon einmal rum. Ah, hier. Unten oder oben? Unten. Der Herr bei Valkyrie. Ah, scheiße, da haben sie meine Drohne kaputt gemacht. Alter, was ist hier mit dem Sprung los? Ja, ihr könnt auch daran gelegen haben, dass es laggt, weil ich noch meinen Screensaver in OBS anhatte. GG. Ja, schon viel besser. So, ich hab ihn gefunden. Ich hab eine Recharge für dich. Ja, ich hab drei. Wo bist denn du schon? Vorne. Ich bin schnell. Okay, warte. Ist mir nice, wenn wir da breachen könnten. Schieß doch einfach ein Loch rein. Nein. Ich bin ja in der Bar jetzt. Ich check kurz Freezer. Okay, der ist frei. Gibt's hier ein Headshot, den wir aufmachen können? Ja. Einer sitzt hinter der Bar. Ist gedingst. Wie ich es sieht. Oh shit. Uiuiui. Warte, einer sitzt hinter der Bar? Nein, nicht die Bar. Okay. Loll, ich hab meine Drohne. Marc, warte noch. Auf. Na. Wenn, dann sind die hier. Schau mal nach Roman, Marc. Also oben. Alles klar. Kommt der hoch. Bandit auf Treppe. 40 AP. Untere Treppe. Natürlich. Alles klar. Sure. Lieber nicht sprayen. Hier würde ich lieber Tapfire machen. Noch weniger. Jetzt, ja genau. Zwei Schuss. Sonst verziehst du zu krass. Ja. Alter. Ja, dieser Bandit, ne? Aber ich würde mich... Der ist... Also unser Mate ist unten. Du kannst theoretisch, ähm, auf den Boden, äh, rechts neben dir, äh, Marc, äh, Max, äh, kannst du eine Breach-Charge... Was ist er noch? Ja, oder so. Das geht auch. 27 Sekunden. Also da ist einer. Ich würde nicht reinspringen. Ja, nee. Also pass auf, ich spring rein und opfer mich wie immer. Äh, Marc, was ist left? Ja. Opfer dich. Da ist er. Ja. Der hat schon 20 Schuss in die Schulter bekommen. Nicht... Oh, 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 oh. Geh die Ecke, geh die Ecke. Nicht hintereinander stehen. Ja. Was soll ich machen? Marc, bleib stehen. Der ist rechts. Der ist da irgendwo. Einfach stehen bleiben. Einfach ruhig stehen bleiben. Der kommt gleich um die Ecke. Der hat den Camp. Na, einer, ne? Einfach ruhig rupen ab. Ja, ja. Wir sind Platin, wir sind Profis. Ja, bleib so, Marc, bleib so. Mach mich nicht nervös jetzt. Aber lehn dich mal nach rechts, lieber. Auf der Nordseeküste. Guck dich besser. Aber wenn die Zeitabläufe verlieren, die, oder? Du brauchst nicht nach oben gucken, die kann ich oben dann kommen. Ich hör den so... In sieben Minuten hat der gewonnen. In sieben? Ja. Und wenn du sieben Minuten contested im Room bist, dann gewinnen die Angreifer automatisch. Ich glaub ja, also, naja. Ich glaub das ja nicht. Bleib einfach stehen. Das ist so. Aber das ist voll lang. Ja, aber das wird keiner ausspielen. Das kann ich ja so sagen. Ja, also, ich bleib hier liegen. Genau, Marc, chill dich in die Ecke. Marc, hast du noch ne Drohne? Nein, lieber nicht. Nein, lass ihn lieber die Dinger abdecken. Wenn der sich wegbewegt, dann... Ist am Sack. Na ja, deckt euch da ganz gut gegenseitig. Einfach liegen bleiben. Ja, ganz gut gegenseitig. Ich weiß jetzt auch nicht, oder? Nein, Marc, nein, nein, nein. Geh wieder in die Ecke zurück. Die Ecke ist schön warm und flauschig. Warm und flauschig. Und ich gönne mir mal ein Käffchen hier. Äh, ich meine natürlich meine Milch. So, was machen wir die nächsten 6,5 Minuten? Ich weiß nicht, hat er ja einen Witz? Hm. Ich kann mal kurz auf ne Witze-Seite gehen, wenn ihr wollt. Nein. Also, sie kann eigentlich nur in der Ecke sein, weil... Okay, pass auf, Marc, wir machen das Ding mit dem... Nein, nein. Spielts einfach safe runter. Ja, 7 Minuten jetzt hier oben stehen? Sicher, dass sie nicht von oben kommen kann? Von da? Sie kann nicht von oben kommen. Okay. Wenn sie nicht aus dem Raum rausgeht, hört das Contested auf. Er, wo wird sie den Balken vollkriegen? Einfach bleiben. 7 Minuten lang. Na, und ihr so? Der Landgamer. Spannend. Ja, ist es nicht auszuhalten? Oh, die Fahrt noch kurz langweilig. Google it. Ja, also, ähm... Für unsere Zuschauer jetzt... Da ist, äh... Siehst du die Cam links von dir? Links oben. Äh, Blackbeard. Nein. Nein. Weiter rechts. Weiter rechts. Auf der rechten Seite vom Regal. Oben an der Decke. Ganz hinten im Raum durch. Über den Waffen, genau. Da. Hallo? Wer schießt denn da? Ja, das ist er, der macht die Kamera kaputt. Pass mal, wir können doch in die Kameras gucken, oder nicht? Ja, aber hier bringt das, was ich will. Nein, aber nicht in die Valvery Camps. Ja, in die Gegnerkameras. Oh, das ist gut. Wo war er denn? Mach's doch mal, ich hab dich gesehen. Hallo? Alter, das dauert mir zu lang. Ach, gönn dir. Tja, wenn ich das wüsste, ich mein, du bist ja Platin, du müsstest sie ja eigentlich kriegen, wenn ich mich hier... Ja, ich würde ja gehen. Nein. Kriegst du das okay? Nee, du bist auf keinen Fall. Halten. Wenn, dann geh ich. Da ist er. Türe, Türe, duft dich, duft dich, duft dich, duft dich. Ich bin down. Das ist Pressure, Alter. Ja. Nichts, Brain. Tab, 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 ite, tab. Ich bin was anderes. Warte, dann mach. Du kannst durchs Regal aim. Der kann deine Füße so anschießen. Was? Das ist ein Joke, oder? Ich war's doch drauf. Ja. Jetzt, wenn es auf einmal kommt, Runde gewonnen. Das ist ja doof. Hey, das war doch ein Headshot. What the fuck war das denn? Sag doch warten. Ach, so ein Witz, ey. In den Fuß. Absolut lächerlich. Ja, total. Ich hab grad nicht geraged. Nee, nee, nee. Nein, alles gut. Alter, geht das mir auf die Eier. Geben wir auf der... Wir gehen in den Arsenal Room. Ja, kann jemand Mute picken? Ähm. Mhm. Okay. Alter, Verwalter. Aber ich fand, das war schon die Drucksituation, oder Max? Hm, es ging nicht. Ich ärgere mich grad, dass ich... Dass ich das... Ich war so drauf. Ehrlich gesagt, lieber Tab feier ich. Auch nur noch. Weil die Waffen... Alle Waffen irgendwie verziehen so krass nach oben. Da ist ja die AK aus dem Counter-Strike direkt dagegen. Nicht alle Waffen verziehen so krass nach oben, aber die MK-17 ist eine der Waffen mit dem krassesten Spray. Aber hab ich nicht getappt? Felix. Äh, nee, du hast auch eher durchgezogen. Ja, ich hab auch getauscht. Die ersten zwei waren... Die ersten zwei, aber danach hast du... Durchgespray. Oh, ich hab den Arscher durchschießen. Ich nicht, jetzt ist ja nicht bei mir ruckelfrei. Diese Vierer-Wand hier... Ne? Oh, hier dicht. Hast du mich noch dazu raus, Felix? Ja. Danke. Achso. Ja. Und jetzt sperre ich dich aus. Huah! 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 Nils, du musst es dann ansagen, wenn da hinten einer in der Bärenfalle drin ist, ne? Ja, ja, mach ich. Ah, nee, warte, das ist doof. Schade, die Kamera. Hat jemand oben Reinforce? Nope. Nope. Ja, sorry für die Runde, war das schlecht bei mir. Nö, nö. Hm. Ich glaube, ich stelle hier mal ein Schild in die Ecke. Aus Gründen. Wir kommen rechts rein, über Nordwestseite. Okay. Also hier, Tunnel, oder? Ne, Nordwest ist doch Tunnel. Nordwesten. Da ist ein Drohner. Da kommt die Stellen. Die Fuse hier. Lol. Ja, genau. Ja, ich hole dich. Ne, ne, ich kann mir jetzt selber aufhelfen. Ja, aber kannst du es nicht nur einmal? Ne, fünfmal. Vier- oder fünfmal meine ich. Ist oben auf, ja. Ja. Tunnel ist einer. Hier kommt wahrscheinlich gleich ein Schild runtergedroppt, aber wenn ja, dann habe ich C4 für den. Wir haben gerade eine Drohne runtergeschmissen. Vorsicht. Die sind auf jeden Fall, Garage ist auf jeden Fall offen. Ich gehe mal kurz hinter mein Schild. Also ich decke die Seite ab. Ich habe zuerst geschaffen. Da ist ein Schild. Hier kommt der Tunnel. Tunnel kommt farmeid rein. Ja, guckst du, äh, Lensen, ich gucke da. Ich schaue rechte Seite. Ich schaue rechts. Okay, ich kann links nicht abdecken. Ich schaue rechts so. Ja, ja. Ich schaue hier hin. Mhm. Habt ihr denn Tunnel? Der Nano, ne? Kann ich übrigens heilen, warte. Ich gucke Nano zu. Hat er denn Tunnel? Ja, ja, der aimt so ein bisschen den Tunnel ab, aber nicht kontinuierlich. Ich habe News geschossen und habe Blitz erwischt. Warte, ich heile dich, ich heile. Ich bin nicht, ich bin nicht getrunscht. Achso, ich kann dich aber overhealen. Ist immer noch einer im Tunnel. Nano, I can heal you. If you come to me. But care. Tunnel down. Ich will den heilen, aber der kommt nicht zu mir. Ja, vielleicht ist noch einer im Tunnel. Oben. Er ist down. Das ist noch einer oben. 100 Pro. Da war noch ein Blitz oben. Lebt der Blitz noch? Denk du den Tunnel ab. Okay. Nice. Ja, geht doch. Die erste Runde heute gewonnen. Wup, wup, wup. Ash ist an mein Schild ran gelaufen und war instant down. Wat? Achso, das ist der Bug wie bei mir letztens. Ja, weil ich den Falle nicht zugeschlagen hat. Ich habe nur dieses Glung gehört und dachte mir so, alter. Das ist doch noch ein Bug, oder? Der Bug ist schon ein bisschen gamebreaking. Okay. Was nehme ich? Ash ein Bug. Bum, 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 bum. Weil, Felix, sagst du jetzt eigentlich, wird es schon beendet, oder? Nee, ich habe nämlich Angst, dass die letzte Folge bloß eine Folge dauert, weil ich bin am Ende. 100 Pro. Ich muss jetzt noch den, wie heißt der, Elb, der dich hintergeht? Zwei Folgen, äh, was? Äh, da hast du noch zwei Folgen absparen bestimmt. Nee. Ich will ja eine vier Stunden Aufnahmesession machen. Das, da würde ich dann gern gleich noch das DLC hinterher klatschen. Ne? Mhm. Du wirst nicht. Die DLCs. Mhm. Die sind direkt am Anfang. Die sind in dieser Motor-Links-Garage. Habt ihr zugehört? Habt ihr zugehört? Habt ihr zugehört? Ja, am Anfang in der Garage sind die. Aber die Biker-Garage sind da, ist die. Ja, Garage. Aber die, ähm, Strip, die steigend ist. Ich schau hoch, ihr schaut runter. Hier haben die Störsender gesetzt. Okay, Bedroom ist keiner. Jetzt bin ich tot. Okay, Biker. Warte. 10 Sekunden zu gehen. Wo ist nochmal die Garage? Die ist da durch. 5 Sekunden zu gehen. Äh, Felix, ist oben irgendjemand? Ja. Der? Ähm, der Typ mit seinem dicken, mit seiner dicken Rüstung. Okay. Was leck ich denn hier? Was soll denn das? Rook oder... Bonbon. Da sind sogar zwei oben. Ich würde gern übers Dach gehen. Äh, von oben runter und dann die Wände auf. Ich komm mit. Da ist Doc oben. Ja, ich weiß. Auf dem Dach oder wie oder was? Also hier im Cashroom seh ich keinen. Im Cashroom ist keiner. Ja. Und sonst irgendwo? Du kannst vom Cashroom aus durch den Lüftungsschlitz schießen. Da liegt genau der... Ähm... Da liegt genau einer davor. Na komm. Hallo, warum läuft der denn nicht? Warum läuft der denn nicht? Lauf doch. Da ist einer. Der ist offen. Ich hab einen gehittet. Soll ich da noch drauf machen? Felix? Oder da? Warte. Alter. Bums, bums, bums. Sag schnell an. Die Hintertür ist offen. Da ist ein Kapkaner. Doc ist da irgendwo. Und da war keiner raus. Pass auf, ich lurk mal kurz. Mit meiner Kamera. Mit meiner Kamera. Einer ist links. Links in der Ecke. Oben. Oben. Oben links, haben markiert. Einer ist unten am Motorrad. Der Kapkan oben ist down. Einer ist da am Motorrad, ist markiert. Und unten am Motorrad. Okay, es sind zwei. Und auf der freien Fläche. Auf der freien Fläche. Okay, jetzt nichts überstürzen. Langsam vorwärts. Du könntest ihn noch ein bisschen nach vorne schieben, Felix. Naja, was hältst du überstürzen? Ja, warte, die Kamera bewege ich noch mal ein bisschen. Ein Stück nach vorne. Kannst du noch mal spotten? Ja, mach ich. Alles klar, ich kann. Anders da an der Ecke. Fahr doch nach vorne. Oh, okay. Ich spotte weiter. Ist wieder hinter dem Motorrad. Wir müssen rein, Jungs. Ist immer noch hinter dem Motorrad. Reinkommst, rechte Seite. Rechts unten, rechts unten. Ja, wir müssen rein. Wo war der? Ich hab den nicht gesehen im Mute. Alter. Nils, achte auf deinen Blutdruck. Der fuck, wie hat denn der dich... Der Blutdruckdruck schlägt wieder zu. Spannende Runden hier. So, wer ist denn nützlich? Okay, Garage picken. Was, Garage? Auch Garage? Ja. Wenn die das können, können wir das auch. Meint ihr, die werden die Zeit wieder auf 3 Minuten, auf 4 Minuten oder auf 34 Minuten erweitern? 3 Minuten reicht ja eigentlich völlig aus. Keiner gehört ja das voll. Habt ihr oben schon Reefost? Einer hab ich. Nur unten, die Garage. Was fangt das für ne Lack? Ach, ich hab ein 205er Ping. GG. Max, hast du noch ne Wand für hier? Ja. Ich muss einmal ganz kurz durch die Wall. Ich muss den Geschenk da lassen. Ich mach die Wall aber wieder zu. Ja, ja. Noch zwei Westen innezuhaben. Größe M und L. Ich brauch aber XL. Ne, brauchst du nicht. Läufst du es? Nein, scheiße. Ich kann dir aufhelfen. Bleib liegen, bleib liegen. Ich mach, ich mach, ich mach. Alter, die kann ich mir hier voll anschießen, oder? So ein Scheiße. Ja komm, tu die Füße nach hinten, mein Kleiner. Ne, da wär ich nur abgeschossen von der Seite. Hier ist ne Kamera noch drin. Kamera down. Da ist ein Schild. Schild hat Hit. Lieber Dev, der spottet dich jetzt. Nein! Hinten, hinten, hinten hinter dir, Marc. Links von dir. Ach, der ist in die Falle reingelaufen. Wenn du da vorrennst, da ist einer links in der Falle. Links von dir, doppel links. Ja, ich weiß es. Liegt am Boden. Da, wo das Schild in der Tür steht. Da hast du die Kamera jetzt hinter dir, Marc. Die ist Main. Hier oben kommen sie. Ach, scheiße. Fuck! Mann! Das kotzt mich an! Wie ich die nicht seh. Da oben ist ein Schild. Ich seh nur schwarz. Drei Leute. Drei Leute in dem Raum da oben. Die alle vier sind da oben. Alle vier. Achtung, einer kommt direkt über dir runter. Jetzt, Achtung. Hinter. What the fuck? Bö. Wie war der mit aufgestern? Hat er denn nicht da oben? Hex. Ich hab ihn doch hingekommen. Also. Ach so, er hat sich hingekriegt. Brrrr. Hm. 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 Ist da jemand gerade Müsli? Er hat Cerealien und so. Hm-hm. Niemals! Äh, Jessala. Kann bitte jemand irgendjemand, äh, Dingenspick, ne Firmite oder Hibana? Äh, ich kann das Arbeit machen, ja. Ja, ist gut. Wie sieht denn der nochmal aus? Wie sieht der denn nochmal aus? Das ist der mit der Orangen, mit dem Weiß, ne? Naja. Wald von unterbäumen und so, ne? Ist schon. Die ist das. Hm. Mit Weihnachtsgelock. Okay, der Biohazard-Container. Immer. Ist ja Weihnachten. Was? Was? Also glaubt ihr, wie mir die ganzen Weihnachts-Rays auf den Sack gehen? Jeder macht irgendwelche Türchen auf. Kein interessiert's. Bedroom. Na dran. Mein Ping ist aber auch wieder so mit Bitch. 126. Deswegen treffen die mich nicht. Und jetzt übrigens einfach ran, ohne Kameras zu entfernen. Ah, doch. Und jetzt einfach ran, ohne Kameras zu entfernen. habt ihr hier ein loch reingemacht in die tür ich nicht aber es war bestimmt eine random pass auf oben auf dem dach zwischen den zwei häusern ist ein mörderhall also am besten einmal rein springen pass auf wenn ihr die hedges umbrecht die haben puls das heißt ich würde jetzt erstmal rein füsen tja da hat der nano die den strich durch die rechnung gemacht da ist ein loch pass auf ja ja hab ich schon gesehen hier muss da ungefähr sein der nano angehittet mach mal hier hinten auf hör mal du kannst auch hier aufmachen wo hier hier von oben weil da habe ich bessere sicht die da hinten ja da hinten ist ne kamera hast du die down ja toll mark kannst du mal bitte hier aufmachen warte noch achten ich schmeiß da direkt eine flash rein fang an zu breachen läuft anders treppe die granate die granate hat mich gekillt durch den schlitz die granate hat mich gekillt durch den schlitz der kommt da jetzt rausgelaufen da ich kann es gerade nicht sehen warte einer ist glaube ich im bad schick mal meine drohne rein schmeißt der da granate hin was für ein kack äh bathroom äh hinterm bett letzter war schon da kommt rechte seite rechte seite ist irgendwie ne 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 links 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 in dem raum genau aber da in der rechten seite das bad rum ist übrigens diagons sag mal ruhig nils das bad der spadezimmer ist sag mal ruhig nils das bad ist übrigens diagonal rüber nicht runter der kann dich da von dem bad aus treffen 10 sekunden einer war treppe der ist schon tot bad ist da ich亲 ne geht ehrlich ich werde durch die matratze ich werde mich kl пока sie stehen ihr bin die die gren�� die oder hier die Okay. So, dann freuen wir uns auf die nächsten sieben Minuten. Kann man da durchschießen? Du kannst durch die Matratze ein Stückchen durchschießen, ja. Ihr müsst doch gleich mal nachladen, Mann. Ja, sechs Minuten. Das ist 26 Schuss, das reicht erstmal. Nein, der. Vielleicht hat er es schon. Ich bin so doof. Was hast du da gemacht? Er ist rausgegangen. Why? MCA. Ich dachte, ach fuck. Noob schreibt da. Trampolin, Junge. Ja. Ja, und mit diesem traurigen Bild. Vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Mal. Tschüss. Du musst, dass ich gemütet. Tschau. Jetzt. 2008 Das ist nicht unser Gonnaen. Wir gehen und wir können. Better get in position. Jetzt ist es nicht ein Dritt. Das ist der Realge. Ein Rettling 될 Das ist ein Real Team 6-Skater-Protokoll. Wie sind wir uns zu fallen? Blöde doors, run inside, clear the corners, hold the wall. Cover me, I'm going in. Look around and go right. Nation ist dependin' on us. Put aside your own life. We've got to save them one by one. You gotta put aside your own life. We're rainbows underneath the sun. We live in the shadows. You hang in the gallows. Waiting till the time is right. And then we'll strike. The world's on fire. Cause they lit the spark. When they go, we are. Rainbows in the dark. Now they fall, we are. Rainbows in the dark. So stand where we are. Rainbows in the dark. Load it, track it, let it blow. Load it, track it, let it go. Load it, track it, let it blow. Load it, track it, let it go. Untertitelung. BR 2018